okay dann nach wie vor würde ich ganz gern vorher wissen wollen ja gut es hat gespeichert wir müssen halt einfach mal okay es hat geklappt so jetzt aber dennoch die frage wie man das jetzt machen weil es ist jetzt nicht so allzu hell würde ich jetzt mal behaupten hier drin das heißt wir sind jetzt eigentlich gleich wieder am sack im schlimmsten volle kann ich runter tja dahin bringt es mir eigentlich gar nichts weil ich kann es halt auch nicht anzünden und da vorne ja gut ist ja die frage ne ne das glaube ich schaffe ich nicht naja ne das schaffe ich so nicht das schaffe ich so nicht man konnte die fakte glaube ich auch irgendwie ein bisschen oh moment wieso wurde es mir hier angezeigt ja okay das bringt mir nix ähm ich glaube ich kann die fackel auch werfen oder? ne zumindest wüsste ich nicht wie tja ich sehe halt kein keine möglichkeit irgendwie tja da hinzukommen eventuell dass mir ah warte mal das eine sache habe ich doch gar nicht beachtet ähm kann ich denn da oben irgendwas tun damit das ding das loch gepflückt wird oh warte mal was ist denn hier unten ach guck an da war ich noch gar nicht ist ja echt arsch dunkel gerade also jetzt muss ich schon sagen jetzt läuft das spiel schon wirklich krass gut also wirklich extrem gut ah ja okay warte mal da war ich doch war ich da gerade gestanden hä aber das war doch eine brücke die doch unten war wüsste sind die jetzt immer unten ich meine gut das hilft jetzt schon mal enorm jetzt muss ich halt bloß wieder zurück gehen ich muss ehrlich sagen also wie ich gerade schon meinte das spiel läuft gerade wirklich brutals gut also auf der einstellung gerade ich meine gut es werden hier nicht allzu viele szenen angezeigt also sowas wie eine große welt oder sowas aber es ist schon echt brachial trotz alledem so jetzt müssen wir schnell 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 oh ah ja okay jetzt verstehe ich das ah ja durch das rennen haben wir im endeffekt haben wir dieses ding umgestoßen okay jetzt macht das alles auch sinn na gut dann war es doch nicht so schwer dann müsste ich halt einfach bloß ordentlich umschauen so ein quick save so ein quick save von irgendeinem punkt da jetzt hinschauen hä äh was wieso wieso hat sie sich jetzt da hinfokussiert ah und ja jetzt so jetzt werden uns wahrscheinlich wieder Kollegen begegnen oder nee noch nicht noch nicht So, ich habe sie bloß kurz ausreden lassen wollen, damit wir uns das jetzt hier anhören können. Ich habe ihn mit allem über die Geräte. Siger heves das Appletzt. Er hat Rähen, hat Fatnah's sozusagen und nimmt Fatnah's treasure. Um die Valkyrie Brinnhild zu finden. Hm. So, noch bin ich noch... Ich bin noch nicht so ganz durch die Surrey durchgestiegen. Ach, der schaut doch einleuchtend aus. Die Grotte Gottes! Rein in die Grotte! So. Oh. Hi. High Five, oder? Irgendwie kommt jetzt doch gleich ein Jumpscare, oder? Wobei ein Jumpscare kam ja eigentlich hier nie, deswegen. Oh. Oh. Blast bloß das Fäckchen oben. Oh je. Darik. Oh Gott. Muss die Fackel links lassen. Nein! Lass doch tief. Links wird auch kein Wasser gewiesen. Seh nur, was machst du denn? Ah. Oh. Ich wusste es. Es ist ein Kampf. Ah. Auf geht's. Oh. Oh. Ich wisdom. Oh. 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 Oh, 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 okay, oh, oh, der kann aber nicht allzu, was, was, oh, ups, Was soll ich denn da machen, bitte, der, die Gegend konnte hier gar nichts ausrichten. Oh, was soll ich denn machen? Ah, muss ich mit dem Fokus arbeiten, oder? Ah, jetzt, oh ja, tatsächlich, jetzt kann man eine reinfretern, aber das ist, oh, okay, das wird wohl der Endkampf sein, oh, oh, du schaust aber putzig aus. Fokus, Fokus, Fokus. Ich weiß nicht, ich weiß einfach nicht, ob ich da einfach warten muss, bis zum Sankt Nimmerlandstag, oder ob ich da, oh, ja, okay, ich muss einfach warten, ich glaube nicht, dass ich es aufladen kann. Oha, da hat der Kleidens ein bisschen schlapp gemacht. Ich glaube nicht, dass ich... Was? Oha, was zum Teufel geht jetzt ab? Ah. Okay, ich muss hier irgendwie bleiben, in dem... Oh, ist das schwierig. Was? Ähm. Okay, was soll ich denn da machen, bitte? Schaut irgendwie aus wie ein zu groß geratenes Schwein. Oder, ne, nicht Schwein, sondern ein... Wie heißen die wieder? Ja, Wildschwein halt. Also, ja, fast. Oh! Ups. Ein Schlag? Oder... Ah, okay. Ich dachte, ich bin jetzt K.O. Uah! Oh, Gott. Ja, das muss da die ganze Zeit ausweichen. Also, ich kann euch beruhigen. Die Wildschweine in unserem Wald. Schauen sie zum Glück nicht so aus. Zumindest nicht genauso. Ein bisschen anders. Ah! Ja, Fokus. Wäre halt schön, ne? Okay, ich muss entscheiden... Ah, okay. Ich muss es aufladen. Ich muss es aufladen. Was? Boah, das war ganz schön schwierig, ne? Oh! Ah, ich muss ihn nicht angreifen, ne? Sonst lässt sich der scheiß Fokus nicht auf. Ah ja, okay. Oh! Jetzt atmet er gleich wieder die Dunkelheit. Oh ja. Oh. Ja, aber da ist doch kein Licht. Oh! Oh! Wo, 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 wo? Wo ist denn das Licht? Ah! Oh, das ist scheiße. Ah, nee. Oh! Es geht noch weiter. Ach so, ich dachte, es ist vorbei. Ah! Ach Gott. Ach ja. Wisst ihr was? Ich schaue mal kurze Strategie an, wie man das Ganze am sinnvollsten macht und dann melde ich mich gleich wieder nochmal zurück. Das heißt, danke schon mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Und damit ein herzliches Willkommen zurück. Wobei, ich glaube, das ist noch für euch hier noch eine Folge, oder? Ich glaube schon. Ich habe... Oh! Ich habe in der Zwischenzeit mal nachgeschaut, wie es denn hier geht. Und naja. Also ich muss halt irgendwie bei dem... Oh! Da, wo ich halt eben das Problem hatte, ähm, nicht weiterzukommen, weil ich in diesen... Weil er irgendwie dieses... Ja, ich muss ja sagen, diese dunkle Magie... Magie gespuckt hat. Ähm, da ist es halt einfach so, ich muss halt irgendwie das Licht finden. Was anders geht halt nicht. Gerade. Das heißt, wir müssen da jetzt einfach weitermachen. Oh! Und hier muss ich den auch die ganze Zeit schlagen. So. So, und jetzt ist es halt so. Ah ja, genau. Hier ist wieder... Hier ist wieder Licht. Boah! Das heißt, wir müssen da irgendwie immer wieder in Bewegung bleiben. Boah! Ist ein bisschen in Anstrengung jetzt, glaube ich, ein bisschen für mich. Boah! So. Und... Oh. Boah! Ich muss da ein bisschen mehr aufpassen, anscheinend. Aber es geht jetzt schon besser, also. Was? Ach, nee. Ah. Okay, so, wir sind jetzt mit dem, es geht besser. Tja. Das muss man jetzt wohl noch ein paar Mal probieren. Ich muss mich jetzt... Oh, nein. Hat er mich schon einmal wieder erwischt. Problem ist auch an der Stelle hier, dass der Soundgrad für mich ein bisschen zu leise ist. Ich muss das eigentlich lauter stellen. Oh! Weißt du was? Das mache ich auch. Ich muss einfach daran denken, dass ich da die... Dass ich das dann hinterher wieder umstellen, im Video. Oh! Weil das darf ich nicht vergessen, ansonsten ist für euch nämlich ziemlich laut an. Oh mein Gott. Sorry der. Oh. Wo ist... Oh! Da ist Licht. Oh, ist das hässlich. Das ist echt hässlich. Da muss man echt mega aufpassen. Oh. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Oh. So. Ja, der müsste doch jetzt langsam mal wegspringen, oder? Ja, und das geht's ja leider nicht. Oh, aber das mit der... Oh, nein! Da ist er, glaube ich. Oh! Uh! Oh! Ich hoffe bloß, dass ich meine Gesunde wieder ein bisschen auffrischt. Oh! Nicht schon wieder. Oh! Geht das wieder los, ne? Oh! Ich muss ja irgendwie in diesem Ding hier drin bleiben. In diesem Winkel. Oh! Ich hoffe mal, ich hab's jetzt gleich. Oh! Ich glaub, das war... Der Kampf ging auch, glaub ich, gar nicht so lang. Oh! Aber es läuft schon wesentlich besser jetzt. Oh! So, wir müssen doch gleich haben, oder? Der ist hier irgendwo. Oh! Ist doch knapp. Oh! 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 Na ja. Jetzt... Ich denk, das war's jetzt. Ich muss bloß aufpassen, dass der mich jetzt hier nicht noch einmal erwischt, weil... Oh! Oh, nein, 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 nein! Scheiße, der kommt mit dunkel. Warum ist das komplett dunkel? Nein! Warum ist das komplett dunkel? Nein! Ach Gott, echt jetzt? Oh, wir haben's doch so weit geschafft, ne? Boah, also das ist wirklich ein anstrengender Kampf, muss ich ehrlich sagen. Okay, aber egal. Ich denke, wir... Was? Äh. Warum ist das hier... Warum ist das hier dunkel? Hä? What? Irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas, irgendwas stimmt hier absolut nicht. Moment, habe ich jetzt... Hat er jetzt einen Spielstand geladen, oder? Also, wo ich ihn schon ein bisschen angefragt habe, oder ist das... Nee. Hä? Boah. Aber warum ist das hier schon direkt dunkel? Oder ist das ein Spielfehler? Weil irgendwie macht das ja nicht allzu viel Sinn grad. Äh, ja, Moment, jetzt spuckt er dunkelheit. Ah, hier ist er, hier ist er hell. Wir warten,吹 cock es lang selber. Das macht mich nicht. Wir warten sozusagen an. Nein. Wir warten. Foto Smile cambiar! Vielen Dank.